Moin moin YouTube, ich bin wieder da. Ja, der Umzug ist durch, endlich nach neun Tagen nur schuften, bin ich komplett alle im Eimer. Und ja, ich bin zwar im Eimer, aber meine ganzen Sachen sind jetzt hier. Ich habe wieder einen Computer, ich habe wieder Internet und ich kann wieder Videos produzieren, da ich auch immer mehr Zeit habe. Und ja, ich habe jetzt alle meine Sachen hier halt in mein neues Zimmer rübergebracht. Ist noch ein bisschen chaotisch, aber das wird sich die nächsten Tage legen, wenn ich alles zusammengeräumt habe. Und ja, jetzt soll es wieder weitergehen mit Videos. Defro-Duelle sollen vor allem wieder kommen und ich hoffe, da ich ja jetzt bei The Envoy wohne, dass ich auch jetzt öfters mit ihm zusammen Videos machen kann. Vor allem bei Defro-Duellen, Dougal Commentaries oder mal wieder eine Match-Analyse mal hier und da zu machen. So, dass man wieder ein bisschen wieder in den Flow kommt, jetzt nachdem halt eine Woche erstmal ein bisschen Ruhe war. Ansonsten, ja, wollte ich mich einfach mal wieder bei euch melden. So, was fällt mir gerade ein, was ich noch erzählen kann? Ich glaube nichts. Es wird heute wieder losgehen mit Videos. Ich werde nachher noch ein Defro-Duell hochladen und dann schauen wir mal, wie das Programm jetzt erstmal weiterläuft. Ich muss mich erstmal wieder einfinden. Ich muss noch so viele Sachen klären, aber das Wichtigste ist es immer hinter mir. Und ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das kleine Update-Video gefallen. Nicht viel zu erzählen, außer dass ich total fertig bin körperlich, aber geistig bin ich voll dabei. Und das reicht eigentlich, um hier meinen YouTube-Job zu erledigen. Ja, wir sehen uns dann nachher beim Defro-Duell. Bis dahin. Tschüssi.